Hallo zusammen. Ihr sucht eine Übersicht von all meinen YouTube-Videos. Hierfür gibt es eine Suchbox auf der Webseite von Sigi Färber. Er aktualisiert diese Liste ständig. Ihr möchtet gerne wissen, in welcher Ausgabe von OKI ich ein bestimmtes Thema in einem Workshop beschrieben habe. Hier gibt es dazu die Übersicht. Mit wem habe ich an welchem Sonntagmorgen ein Online-Gespräch geführt? Hier findet ihr die Fotogalerie mit Links zu den entsprechenden YouTube-Videos. Ihr sucht nach kostenlosen Downloads für Yamaha oder Korg-Keyboards? Einfach hier klicken. Dort findet ihr auch Anleitungen, Beschreibungen zu Workshops und vieles mehr. Übrigens findet ihr dort auch einen kleinen Webshop. Also werft einmal einen Blick oder besser einen Klick auf meine Webseite www.alimüller.de